Hallo Leute und willkommen zu Prolog. Ja, was wir dieses Mal machen, wir machen eine neue Programmiersprache, bzw. fangen sie an. Prolog ist eine logische Programmiersprache, also nicht wie Java Imperativ oder Haskell Funktional, sondern eine logische Programmiersprache bedeutet, wir geben Fakten an und das Programm errechnet uns für eine Eingabe, ob das denn möglich ist und was denn dann bei rauskommen könnte. Ihr seht dann noch, was ich genau meine. So, zunächst einmal braucht ihr natürlich Prolog als Compiler und ja, dann geht ihr einfach auf swiprolog.org und dort dann auf Download Swiprolog und hier Stable Release einfach auswählen und ja, hier habt ihr dann die Version, Windows Version 32-Bit und Windows Version 64-Bit. Ja, alles kein Problem, hier ist noch für Mac, falls ihr das denn machen wollt. Ja, und dann downloadet ihr das, das ist eine ausführbare Datei, einfach ausführen und installieren und schon seid ihr fertig. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel hier einfach so eine Datei erstellen, wie ich hier eine gemacht habe. Ja, das ist AutoIt, also einfach irgendeine Datei auswählen, ihr müsst die Endung so oder so ändern. AutoIt ist eigentlich auch eine coole Sprache, muss ich euch auch mal zeigen bei Gelegenheit. Ja, und dann könnt ihr hier einfach eine Datei anlegen, blub.pl ist die Endung, dann meckert er natürlich rum und schon habt ihr hier mit dieser hübschen Eule eine Prolog-Datei erstellt. So, und wenn ihr die dann ausführt, dann kommt das hier, das ist quasi die Eingabeaufforderung davon. Und hier könnt ihr dann Fragen stellen, ob das denn erreicht ist. In der Datei stehen dann eure Fakten drin, beziehungsweise die Regeln, die ich euch gleich noch erklären werde. Und hier könnt ihr dann abfragen, ist das gegeben, ist das gegeben. Und ja, das berechnet es dann nicht erschrecken, dass hier oben irgendwelche Errors stehen. Ihr habt natürlich jetzt nichts angegeben, deswegen Unexpected End of File, wenn nichts drin steht, logischerweise. So, ja, und eine erste Eingabe würde ich mal sagen, zeige ich euch gleich mal. Und zwar kann man hier einfach sagen, ja, wir wollen uns irgendwas definieren, irgend so ein, ah, ja, genau, das muss ich euch leider auch noch sagen. Und zwar habe ich diesmal keine Syntax-Highlight. Ähm, hier bei Notepad++ wird das nicht unterstützt, hier haben wir bloß, ähm, also hier würde theoretisch dann mal Prolog stehen, aber, ja, hat leider kein Plugin gegeben. Zumindest habe ich gerade keins gefunden. Ja, ähm, wir können hier einfach eingeben, Mensch, und dann in Klammern, zum Beispiel, du. Äh, ja, okay, das ist, nein. So, und dann Punkt. Und das bedeutet jetzt, äh, du bist ein Mensch, sozusagen. Also, Mensch ist quasi das, was, äh, wie es heißt, und du ist das Prädikat. Ähm, also wir fragen, oder wir sagen dann einfach, du bist ein Mensch, dann kann ich noch sagen, Mensch, ich, ähm, Mensch, er, sie, es, ne, es vielleicht nicht unbedingt. So, ähm, und das war's dann auch schon. Jetzt haben wir die ersten paar Fakten eingegeben, und, äh, das war die Intro, PL. So, und jetzt haben wir hier vier Clauses, ähm, der eine Clauses ist einfach, dass es das hier laden soll, also die Datei, deswegen ist immer einer mehr. Ähm, ja, und jetzt haben wir hier vier Sachen, und jetzt können wir abfragen, ähm, Mensch, du. Äh, kein Fragezeichen, das Fragezeichen steht schon vorne dran. Ähm, das Fragezeichen hier musste man bei meinem alten Compiler eingeben. Ähm, ja, jetzt muss man das Ganze nochmal neu starten. Deswegen, ähm, Mensch, du, und dann einfach einen Punkt hinten dran eingeben, und das ist true. True bedeutet einfach, dass, äh, der Fakt erfüllt ist. Und das war's dann auch schon wieder. Mehr können wir aktuell noch nicht machen. Ich kann natürlich noch fragen, ob ich ein Mensch bin, oder ob er, sie, es, ein Mensch ist. Aber das, äh, sollte klar sein. So, jetzt kann man die Dinge auch schon kombinieren. Das ist jetzt nicht unbedingt schwierig. Ähm, zum Beispiel mit dem Prädikat, äh, oder wie auch immer man das nennt. Liebt, äh, ich, du. Und hinten dran natürlich den Punkt nicht vergessen. Das bedeutet dann so viel wie, ich liebe dich. Oder, ja, wenn wir hier noch dich hinschreiben, dann wäre es sogar grammatikalisch korrekt. Ähm, so, wenn wir das jetzt, ähm, müssen wir neu machen. Äh, das hier jetzt laden. Dann kommt hierbei raus, wenn ich jetzt sage, liebt, äh, ich, du, so rum. Äh, dann kommt true raus. So, und jetzt zeige ich euch gerade noch den nächsten Trick, den wir schon machen können. Wir können hier nämlich Variablen einsetzen. Ähm, zum Beispiel x. Und dann du. So, und jetzt kommt nicht mehr true raus, sondern x ist gleich ich. Das heißt, es schaut automatisch, also das Prolog, ich zeige euch gerade mal hier noch den Source-Code, dass ihr das, ähm, nachvollziehen könnt. Es geht alle Regeln von oben nach unten durch. Also, Mensch, du, Mensch, ich, Mensch, er, sie. Okay, davon ist keine, ähm, meine Liebt-Clause, nach der ich suche. Und dann suche, äh, finde ich hier dieses Liebt. Ja gut, Liebt war das, was ich gesucht habe. So, okay, hätte ich jetzt hier noch mehrere Liebt, dann würde ich überall gucken, ähm, ob irgendwo hinten du steht und x könnte dann alles sein, was, äh, vorne steht. Ich zeige euch das am Beispiel Mensch jetzt gerade nochmal. Also Mensch von x. Ups. Immer groß schreiben die Variablen, die, ähm, also die Variablen, die sich verändern können, werden groß geschrieben. Und so Sachen wie du, ich, er, sie oder irgendwelche Namen, die schreibt man dann klein. So, also jetzt haben wir hier die Möglichkeit, x ist du, denn du bist ein Mensch. Das ist die oberste hier, nicht vergessen, immer ganz oben anfangen. So, und wenn ich jetzt hier ein Semikolon eingebe, dann kommt das nächste, Mensch, ich. Und wenn ich nochmal ein Semikolon eingebe, dann kommt x gleich er, sie. Also Mensch von er, sie ist auch true. Und danach sieht man hier so, wenn man ganz genau hinguckt, so einen kleinen Punkt. Und das bedeutet, dass man am Ende ist. Also danach ist quasi, äh, nichts mehr ein Mensch. Außer du, ich und er, sie. So, ähm, wenn ich jetzt hier noch weitere, äh, Lieb-Clauses reinpacke, sowas wie, ähm, ich, äh, liebe, ähm, PCs, sowas, ähm, dann lade ich das Ganze hier wieder. Und jetzt kann ich folgendes machen. Ich kann natürlich auch das x als Variable hinten hinschreiben. Was liebe ich dann alles? Dann kommt erstmal x gleich du. Und das war's dann auch schon wieder. Warum? Ähm, weil ich hier PCs groß geschrieben hab. Das muss natürlich klein sein. Und da sieht man gleich, wie zickig die, äh, Syntax sein kann. Hab ich nicht gesprochen. Achso, ja, ich muss natürlich auch wieder neu laden, sonst wird das hier nix. Ähm, so, jetzt liebt x, äh, halt, andersrum. Liebt ich, x. Und jetzt hab ich den Punkt vergessen. Sehr begabt heute. So, äh, ich liebe du und PCs. So, fertig. Und das war's dann auch schon wieder. Ähm, ja, und damit kann man tatsächlich schon einiges machen. Und im nächsten Video zeige ich euch dann, wie man so Sachen hier vorne nicht bedingungslos true setzen kann, sondern, äh, zum Beispiel hier reinpacken kann. Ich liebe dich nur, wenn... Ja, das zeige ich euch dann das nächste Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.